hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel pixel gun 3d ja ich bin gerade dabei das spiel ich habe das spiel heruntergeladen ich bin gerade dabei zu installieren aber irgendwie nicht weiter steht hier schon seit paar minuten auf 50 prozent ich habe schon dreimal abgebrochen wir neu gestartet aber irgendwie passiert da nichts es sind bestimmt wieder irgendwelche serverwartungen letztlich hatte ich auch solche probleme gehabt in der nacht ging das spiel dann aber tagsüber irgendwie nicht naja ich werde es noch einmal probieren und dann mal schauen wie es weitergeht bis denn da werden wir wieder endlich geht das spiel ich muss jetzt auch gleich los also eigentlich habe ich gar keine zeit mehr deswegen will ich das spiel jetzt schnell machen bis ich mein ticket gewonnen habe und dann werde ich losgehen und das video heute abend erst online stellen weil es will ich sonst nicht schaffen das wird ja wohl eine runde sein wie war denn das nochmal ist hier wieder gegeben fuchs war ich gerade erschrocken warte mal die augen warte mal die augen warte schießt automatisch so was und bewegt dass ich nicht mehr warte mal die … auf in we we so Okay, jetzt will ich aufgauen. Nachladen, wichtig, wichtig. Nachladen, dahinten kommt einer. Nachladen, da. Nachladen, da. Nachladen, da. Nachbar Da ist einer Ah Schade, schade Mach ein Kill Komm Ah, schade Perfekt Zupi Auf Platz 1 Nachbar Nachbar Noch 3 Kills, dann habe ich mal 15 Punkte voll Da war einer Ah Das gibt's doch nicht Zurück zum Kampf Der war hier lang Der versteckt sich Oh 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 Ah, das ist gut. Super Super Ah, keine Munition mehr Hier unten war der Munition Ah Meine Granate schmeißen, das habe ich auch noch nicht gemacht Na gut Also das waren jetzt schon länger Wie 10 Minuten, eigentlich müsste ich Meine Daily fertig haben Waren zwei schnelleren Und Ja Was ist das jetzt? Schauen wir mal Das Ticket abholen Jawohl Das sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao 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 Ciao